ich will mir nämlich scharfe abnehmen gehen nach guck mal skelette wird langsam tag nur zombies brennen hier bald alle total wie das spiel ist mensch ich hielt mit gegettet eine schere bekommen ich komme nicht rum war das geht schon auf dem block nein minecraft hat keine box sind alles dance moves die von jeb eingebaut worden sind so ich strecke mal kurz meine füße am kapitel natürlich habe ein bisschen angst dass ich meinen hamster zerdrücke weil die irgendwo im zimmer rum rennt von ach so der ofen ist ausgegangen ist eigentlich gute gelegenheit um ein paar fackeln herzustellen wir haben ja nichts weiter zu tun ja genau mit mushrooms so guck dir das mal an noch nicht einmal gestorben mann sind wir gut ich trau mich da jetzt noch nicht unbedingt raus aber ich will das schocken kriegt mein hamster mir am fuß rum was du da unten man hat sich jetzt wahrscheinlich auch erschrocken als mein fuß auf immer weggezogen so kommen der kriegt jetzt hier auch frisse ouch jawohl so wir haben pfeil im kopf nein hallo hallo irgendwelche fischer hier nope gut außer die army da unten naja die brennen ja eh gleich alle weg dann können wir den jetzt zeug looten knochen mir wenn will ich nicht au 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 so jetzt haben wir wieder können wir wieder was essen jo rennt alle unter dem baum und überlebt da das ist schlecht greift die mich an Oh, no. Mist. Ich hasse Skelette. Ah. Ich hasse Skelette. Ich hasse Skelette. Ich hasse Skelette. Ah, die kriegen wir da nicht vor. Hm. Hm. Kotz mich das an. Ich kann doch nicht... Ah, hm. Ne, ich lasse es bleiben. Ich will nicht... Nicht sterben. So. Mein nächster Plan war mir eine Hole zu machen. Komm her. Oh. Das ist eine scheiß KI. Die haben die extra jetzt... Jetzt, naja, vor ein paar Updates eingestellt. Dass die sich extra unter Bäume stellen, wenn die brennen. Und das merkt man jetzt. Aber manchmal schießen sie sich auch gerne mal gegenseitig an. Wie man gerade gehört hat. So. Ähm. Was machen wir? No. Genau. Das ist falsch. So ist richtig. So. Da haben wir schon. No. Wir werden ja rein vegetarisch leben. Das reizt mich jetzt schon. Andererseits, ich kann mich da nie wieder heilen. Ich hab nämlich grad nix zu essen. Und essen ist grad wichtiger als alles andere. Das lege ich erstmal hier so voll hässlich an. Muss ja jetzt erstmal nicht schön aussehen. Oder mit... 5 Nahrungsmittel gelegt sind. So, hier. Sieht das schon gut aus. Guck mal hier. Können wir gleich mal neune machen. Zack. Ach, müsst ihr es brauchen? Oh. Ich hasse dich. Update. Hm. Naja. Hm. Hm. Das ist zwar kein guter Einfall von euch, liebe Mojang-Gruppe. Das erschwert mir das Leben. Obwohl, diese Skelette... Können wir das Leben wieder erleichtern. Jetzt wohnt nur noch eins da. Autsch. Jawohl. Hat wahrscheinlich nie mal Knochen mehr droppen lassen. Ne. Na super. Umsonst mein Leben riskiert. Gut. äh, rote Pilze brauchen wir. Sonst gehen wir ja ein wie ein Dorderblümchen. Du, Alter. Ne, wie war das? Die Alte ging ein wie ein Dorderblümchen. Irgendwie so war das doch. Ja, ja. Sieben Zwerge. Männer allein im Wald. So. Ah. Da hab ich noch einen Blick da unten in den Pilz. Ja. Da kommen wir jetzt natürlich super ran. Der dachte wohl, ich seh ihn nicht. Aber wenn's so ein bisschen nackt überleben geht, seh ich alles. Ach so, mitnehmen sollte ich ihn denn schon. Au. Hi. Dicker. Hm. Mach mal weiter. Mach's dir gut so. Kann man aus den neuen Blumen. Was machen da nur Farbstoff, soweit ich das weiß. Hm. Nicht wundern, falls die Aufnahme ganz abrupt endet, äh, ne, wenn es flaps wieder voll. Kennt er ja schon. Hm. 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 Keinen roten Pilz, soweit. Das ist schade. Mann, was ist denn da, ey? Was war sonst denn da? Der wird in den Riora ausgespuckt. Das will ich mir kurz angucken. Sieht geil aus. Schade, dass das in nem Sumpfbiom ist. Stört mich ja ein bisschen. Wär das jetzt in nem richtig schönen Waldbiom? Oh, herrlich. Hm. Wieso ist denn das Biom hier so groß? Ich hab da gar nicht Lautschbioms eingestellt. Boah. Waldo, das ist doch hier irgendwas. Ja, Swapland M. Es gibt jetzt übelst viele neue Biomen in Minecraft. Das ist übrigens das Swapland M. Nicht M, M. Ähm. Oh, was hab ich denn da gesehen? Beim Lichtgenerieren der Welt. Na, das sieht aber nicht so aus, als würde es da Pizze geben. Da gibt's nur eine Tauberwesende von Blumen. Das ist Flowerfield, oder wie das heißt. Blumen. Blumen, Blumen. Oh, ich kann das mit Blumen was, glaube ich. Hilft mir nicht.